hallo zusammen mit der heutigen produktvorstellung möchte ich euch unsere neue bullet weight stopper vorstellen wie hier zu sehen immer auf metall faden aufgezogen mehrere erhältlich beim tangle dealer ideal beim bauen von texas bzw carolina rex ich habe sie mal vorbereitet ich habe ein hagen schon befestigt hier an der schnur und im nächsten schritt wird hier einfach der stopper auf die hauptschnur aufgezogen kommt nach vorne bis zum haken durch die konische kann man leicht über den knoten ziehen wie ihr sehen könnt da er einfach konisch geformt ist ideal vor bis zur öse als schutz für den knoten im nächsten schritt ziehe ich dann die perle auf hier habe ich jetzt unsere neue diamant perlen plastikperlen in grün diamant weil sie einfach für die diamant zu grün glitzern auch neu erhältlich beim tangle dealer und im nächsten schritt dann ein bullet weight aus stahl hier wieder auf blei verzichtet und das besondere wie ihr schon sehen könnt an dem stopper an dem konischen ist einfach dass er komplett sich über den knoten schiebt und dadurch einfach den knoten schützt mit der perle sowie dann wenn das gewicht aufschlägt wird der knoten geschützt und kann dadurch nicht beschädigt werden cooles gimmick erhält dich beim tangle viel spaß beim angeln viel spaß beim fischen dicke fische und peter